Jo Leute und willkommen in einem Video von mir. Dieses Mal, ja, wieder das Video aus Hamburg. Und zwar dieses Mal der zweite Part. Und zwar, ich habe ja im letzten Video schon angekündigt, dass es jetzt in die Stadt geht. Denn jetzt, wo ihr euch gleich befindet, ist es abends. Und da gehen wir nach Hamburg, um nochmal was zu essen und den Sonnenuntergang in der Alster anzugucken. Ja, das wird richtig cool und richtig schön und die Aufnahmen sind gut geworden. Zumindest, soweit ich weiß. Guckt es euch einfach an. Los geht's. Guckt es euch einfach an. Los geht's. So, Essen war lecker. Ich hatte die Pizza Spezial. Und jetzt gehen wir hier noch so im Sonnenuntergang zur Alster. Und ich glaube, das wird richtig geil aussehen. Also, ich hatte bestimmt was zu fotografieren. Ich habe extra hier das große Objektiv mit. Ja. Ich habe es. 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 Musik Es sieht schon Geil aus. Sehr, sehr geil. Ja, das reicht schon. Kommt so ein nachdenkliches, so eine nachdenkliche Aufnahme. Ja, der sagt immer so, oh shit. Jo, da hinten ist so, es geht wirklich gut. Die Kamera ist egal, ich werde ein bisschen sehen, ich reingesiegt. Aber der Schlaube hat echt gut. Ist halt schon geil, ne? Wasser ist eh das beste. Junge kommen halt noch mehr, ne? Hilfe. Auf jeden Fall ist es ziemlich nice. Schwöre auf den Stock. Kleines Kitty. Das ist wirklich Hammer. Hier finde ich wirklich enorm schön. Aber wohnen, keine Ahnung. Ich bin nicht so ein Großstadtkind. Ich bin so in der Nähe der Großstadt und dann in die Großstadt fahren. Aber in der Großstadt wohnen an sich ist es nicht so meins. Hat mich geil. So, das war's schon aus Hamburg. Ähm, beziehungsweise erst mal morgen ist hier dann noch so der, der große Tag, sag ich mal, weswegen wir da fahren, nämlich, uh, die Hochzeit. Äh, da hab ich ein bisschen was gefilmt und dann vom Abend noch ein bisschen was und am nächsten Tag sind wir wieder zurückgefahren. Also das war's noch nicht. Deswegen ist nächste Woche Freitag nochmal wieder weiter. Ja, also das war's vom Video. Wenn euch der Schnitt und die Aufnahme und generell das ganze Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über den Daumen nach oben oder wenn ihr es noch nicht habt, über ein Abo freuen. Also dann, bis zum nächsten Video, habt ne schöne Zeit und tschüss. Ihr seid entlassen.